Lebe Dein Talent! Unter diesem Motto stehen die Berufserlebnistage Ried. Über 50 Unternehmen bieten die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken. Vielfältig zeigen sich die verschiedenen Lehrberufe, die man hier etwas näher betrachten kann. Ja, ich glaube, das Impfviertel ist ja so, auch wie in anderen Regionen. Wir kämpfen mittlerweile mit einem Fachkräftemangel. Umso wichtiger ist es, junge Menschen für das Handwerk, für einen Lehrberuf zu begeistern und auch hier die Möglichkeit zu bieten, seine Fertigkeiten und Talente zu erproben. Die Möglichkeiten mit der Lehre sind vielfältig. Davon ist man bei der Wirtschaftskammer überzeugt. Viele junge Leute wissen ja bereits, was sie wollen, aber auch denen, die noch nicht genau wissen, in welche Richtung sie weitergehen wollen nach der Pflichtschule, die haben hier die Möglichkeit, dass sie sich wirklich bei den Betrieben erkundigen. Und die Betriebe sind also wirklich innovativ und tun was für ihre Lehrlinge. Es ist nicht nur so, dass man einfach dort einen sicheren Arbeitsplatz hat, sondern man wird unterstützt, ob das jetzt zum Teil finanziell ist oder mit anderen Sachen. Und es ist einfach eine Hundegeschichte. Karriere mit Lehre – die ersten Eindrücke, die erhält man bei den Berufserlebnistagen in Ried. Untertitelung aufgrund der solidarität Stabilisierung Vielen Dank.